Ok, Riku in kritischem Modus, wie wird das wohl sein, ne? Oh shit, ey, die sind fast schon tot. Oh, allein schon sorry, ey. Sagt einfach mal gegen den herzlosen Sorry. Oh shit! Hi Potion, was ist das? Eta! Ich muss echt aufpassen. Nicht einfach angreifen. Oh, er macht was? Wie lange hält das an? Ok, jetzt kann die Danga... Holy shit! Die beiden zusammen sind aber auch krank, ey. Oh, er macht irgendwas? Oder? Jetzt! Ok, weiter. Zack, zack. Oh, oh, shit! Das ging so schnell, da konnte ich nicht reagieren, ne? Nee, komm ran. Oh! Heilung! So angenehm, wenn man wieder hat. Zack! Oh, Gott, diese Steuerung ist auf PC so beschissen. Ich möchte einfach nur zur Mission. Bring mich doch einfach nur zur Mission. Ich will hier weg, ich will weg, ich will hier weg. Zack! Die Niemann, der sind wieder da. Aua! Alter, what? Oh, shit, ey. Oh, nee, ich bin viel zu aggressiv. Er kommt. Oh, what? Oh, danke. Jetzt geht's los, bam! Oh, das werden mehr. Wie steht ihr zu Feuer und Wasser? Oh, Ultima Form. Leck. So, jetzt geht's los, Leute. Jetzt habt ihr keine Schnitte mehr. Oh, what? Wutform? Ups! Jetzt habt ihr keine Schnitte mehr, ja. Von wegen, ey. Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Wir sterben durchgehend. So, jetzt reicht's mir. Jetzt mach ich die OP-Geschütze. Zack. Bam. So, wo ist der Nächste? Aua! So. Zack, Ultima Form. Jetzt geht's los. Alter, die Gegner werden auch mehr im kritischen Modus, oder was? Oder waren da vorher auch so viele? Oh, ich muss schnell Finale machen. Boah! Ultima ist halt einfach OP, ey. Was? Okay. Ähm. Der hat ganz schön viel Leben. Und ich hab keinen Vita. Oh. Pfff. Ich muss warten, bis der mich angreift. Ach, das hab ich nicht gesehen, ey. Wat? Ich häng an der Wand und konnte nicht... Der verkriecht sich irgendwie in der Wand. Nicht... Oh, what? Ich hab's gedrückt. Shit, man. Ja, ich muss mich ausrüsten, ey. Alter. Ich brauch Leben. Komm schon, warum ist in den Kisten nicht mehr drin? Hallo! Nein, nicht da lang. Alter... Ich will zu dem Fässer. Sein Leben nimmt aber auch kein Ende Alter, der kommt aus dem Nichts gesprungen, ey, das ist schon ein Horrorgame hier gerade Ich glaube, ausweichen ist besser Ultima Form, das ist meine Rettung Shit, ey Alter Scheiße What? Ich habe ihn besiegt? Alter, da muss ich ja gar nicht das ganze Leben abziehen Okay Ja gut, das war nice Diese Embleme, wenn ich daran denke, dass man die alle sammeln musste wegen Scheiß Ultima Ich bin ausgerastet, dass ich das machen musste So, erstmal hier Weird Flex Und die schmeißen einen die Zahre dazu So, ich glaube, ich muss hier lang, ne? Wo muss ich hin, ey? Ja, seit wann können Örfen fliegen, ne? Spritzfahrt? Achso, ja Oh Mann, ey Weiter geht's Das Leben noch sowieso keine Herzlosen mehr hier Nur noch die Affen So, zack, Level 8 Achso, ich muss die alle machen Okay So, jetzt geht's los Alter Diese Kombos sehen so krank aus Das ist so peee